Hey Leute, was geht ab? Hier ist für euch Damon Paul. Und zwar, meine nächste Single geht an den Start. Night Rider ist der Titel und hier ist der Superstar Kid. Ja, nächste Woche am 25.01., das ist ein Samstag, um 14.30 Uhr müsst ihr da sein. Und zwar wer? Wir suchen 30 Mädels für eine Tanzszene. Das heißt, ihr müsst nur um 14.30 Uhr da sein, tanzen, gut aussehen. Ja, kleiner Einblick, Kid, bitte Türe auf. Er hört, am 25.01. suchen wir genau dich für die Tanzszene. Bis dahin, peace.